Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Ja, nö. Ich spreche jetzt erstmal. Oder auch nicht. Okay. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann Ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen könnten. Wir sind so nah dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns. Jo, aber ich will speichern. Bitte. Hm. Okay. Bitte warten, ne? Ich muss warten, bis sie gegangen ist. Ah, ich bin speichern. Yay! Okay. Anscheinend... Okay. Okay. Musst du mich jetzt in Ruhe lassen? Infiziert? Nein, auf jeden Fall. Jaaa. Ich meine, normalerweise müsstest du mich jetzt in Ruhe lassen. Aber was passieren darf? Oh ja, der ist von uns, der wird eh bald hier sterben. Wie kackert. Ich höre jetzt mal eine Post-Marche. Das ist nicht so auffällig. Jaaa. Ich muss den? Jaaa! Jaa! 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 Tüsch war knapp. Tüsch war sehr knapp. Hopp, das wir schaffen, ist eine andere Sache. Du tust das richtige, Isaac. Wir sind jetzt zusammen, so wie es immer schon hätte sein sollen. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Natürlich speichern wir. Tod im All. Na toll. Moment. Meine Kopfhörer sind mir vom Ohr gerutscht. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ich hätte gerne mal irgendwas mit meiner Lebensenergie wieder aufzubauen. Das ist also der Planet. Sehr schön. Ich sehe die Sonne noch einmal, bevor wir dann sowieso sterben werden. Ich habe nicht wirklich die Hoffnung, dass wir das hier überstehen werden. Ja toll, das ist doch offline. Ich muss die Stadtteil stehen. Oh, sieht sehr schön aus. Ich bin so. Ich bin so. Ich habe jetzt nicht mehr ein Haufen aufgedrängt. Ja. Was machen wir? Was haben wir jetzt schon hier? Isaac! Der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Bring zurück was genommen wurde und mach uns wieder ganz! Naja, ich mach euch wieder heile heile. Ich soll dann heile heile gehen, zumindest. Wie sind wir hier auf dem letzten Kapitel? Kommen wir so nebenbei? Was ist das da oben eigentlich? Warum werde ich eigentlich nur angegriffen? Weil ich kämpfe ja für ihre Sache im Moment, oder? Was ist das falsch? Moment. Das ist halt so meine Frage, warum werde ich eigentlich angegriffen, wenn ich doch eigentlich für ihre Sache habe? Jetzt? Brauche ich die Batterie dort? Aha. Ok, dann muss ich doch hier wieder rein. Moment, da. Ich muss mich erstmal hier umschaue. Ah, hier wollen wir was entsammeln. Geh auf. Hier spricht Sergeant Newman von der Pizek. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat aber ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttles zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier landen! Zu spät. Ich bin hier gelandet und was mach ich jetzt? Ich kann jetzt mal den Halbleiter Rubin verkaufen. Und jetzt werden wir uns noch mal bisschen Munition kaufen. So. So. Die Mikrofilter� extra haben wir erstmal die lacht. Die Läubler haben glaube ich erstmal genugohlen. Aber davon nicht. Ah, verdammt, jetzt hab ich euch noch holen wollt. Der PC ist gerade. Denn wir brauchen was Wichtigeres. Sehr wichtig sogar. Wir tun jetzt nochmal Speichern, aber gleich nochmal Speichern, weil ich dann gleich Feierabend machen muss. Aber erstmal holen wir das Zeug, was wir hier haben. Oh, wir haben sogar zwei. So, mehr Schaden. Was ist das? So, kipps nicht. So, kipps nicht. So, kipps nicht. So, kipps nicht. Muss das mich so erschrecken? Aber wie geht's hier rein? Und speichern das Ganze jetzt noch einmal. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lass ruhig mal einen Kommentar. Wenn ihr's möchtet, dann ist das natürlich nett. Äh, ich hätte es mir gefallen. Mich hat's irgendwie nicht überrascht gehabt, dass diese eine Verräterin ist. Oder, wie sieht dies als Verräterin an? Ich würde sagen, ja. Äh, hab mich aber nicht so ganz überrascht. Ähm, schade um den Typen. Ob unsere Frau, ja, wirklich unsere Frau ist das bezweiflich irgendwie. Kann aber auch wirklich so sein, dass es nur besessen ist. Entschuldigung. Und, ja. Entschuldigung, ich bin grad am Strecken. Haha. So. Ähm, wie geht's jetzt? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr's möchtet. Ich hab mich jetzt wiederholt. Zum dritten Mal, glaub ich, jetzt schon. Und, ähm, ja. Man sieht sich. Man liest sich. Man hört sich. Ciao.